Als Profiler beim FBI würde ich 35% mehr Gehalt kriegen. Eine geregelte Arbeitszeit nicht so unberechenbar wie diese hier. Wie willst du mich überreden, Detroit zu verlassen? Mit der Nationalgarde und einem Drink. Alex Cross. Wir haben vier Tote. Ach ja, Alex. Unter den Vieren ist eine Frau. Wurde zu Tode gefoltert. Es müssen mindestens zwei oder drei Kerle gewesen sein, um das abzuziehen. Nein, es war nur einer. Ich bin fasziniert vom Schmerz. Er ist ein Ex-Soldat, Eliteeinheit, seiner Taktik nachzuurteilen. Versucht Schmerz zuzufügen. Er will, dass jemand bezahlt. Er will, dass andere leiden. Dieser Kerl, er hakt eine Liste ab. Er hat einen klaren Weg vor sich. Dr. Cross, sind Sie dran? Macht Ihnen das Spaß? Schmerzen zu bereiten, ist ein beherrschender Teil meiner wahren Berufung. Sie sind krank und pervers. Dr. Cross, Sie nehmen das zu persönlich. Ganz nebenbei, Sie haben eine sehr hübsche Frau. Sie sieht umwerfend aus. Er hört nicht auf. Ich habe sein Gesicht gesehen. Ich habe seine Stimme gehört. Ich werde eher mit ihm die sieben Pforten der Hölle durchschreiten, bevor ich zulasse, dass er mir noch einen Menschen wegnimmt, den ich liebe. Bericht euch! Gleichgültig, welches Szenario Sie sich einfallen lassen. Er hat sie alle bereits durchgespielt. Das werde ich genießen. Wir müssen in seinen Kopf kriechen. Wo kann er sein? Er ist schon im Gebäude. Bewegung. Ich will Ihre Hände sehen. Stringen Sie sich an. Das können Sie besser. Ja!